da sind wir wieder und jetzt sind wir vor gericht kann man ja sehen mal schauen wie schnell es jetzt geht ob ich rein aber natürlich auch müssen sie noch da die kleinen wichser dann werden wir mal schauen ok ok jetzt werden wir mal sehen müssen und dann gehen sie mal rüber auf die andere seite hört sich gut an sehr schön jetzt hast du dich wegen mir was hast du zu sagen weil du mir nicht gesagt hat welcher raum das ist habt ihr das geredet jungs mädels opas oben ist halt mal die karte von uns dann brauchst du die ganze zeit wo war der urlaub karibik zwei wochen karibik wir machen doch genug geld deshalb kannst du das alles ausgeben ja so machen wir das bei bondegästen wo einer arbeitet und wo sind die anderen hans fritz ach so du bist ich gehe rein was ist los ohne gut moms violen guten an kuro Hallo? Hallo? Tschuldigung.